In Hongkong ist bei Sturm und heftigem Regen ein Baugerüst an einem Hochhaus eingestürzt. Dieses Augenzeugen-Video zeigt die Sekunden des Unglücks von einem Balkon des Hochhauses aus. Ein Bauarbeiter ist ins Leben gekommen. Rettungsmannschaften konnten mehrere weitere Menschen lebend aus den Trümmern befreien. Sie wurden von Notärzten versorgt und verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 30-stockwerkhohe Bambus-Konstruktion war zu Fassadenarbeiten an dem Wohnkomplex Beverly Hills errichtet worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017